ich finde es eigentlich immer noch ziemlich unterhaltsam aber ich habe das gefühl man ist hier ziemlich lange am grinden was natürlich auch daran liegen kann dass hier einfach das spiel nicht so populär ist und die leute halt also die entwickler hier versuchen die leute ein bisschen länger an das spiel zu binden und ich meine es hat ja potenzial ich kenne das uralt wildstars also vom launch nicht da kann ich nicht sagen wie geil das früher war oder ob es jetzt schlechter ist oder der und dergleichen ich fand es nur irgendwie so witzig ich habe das mal auf seiner seite gefunden wo viele free to play mmos und so angegeben waren und da war das mit bei und ich fand es halt mit einem unterhaltsamsten und dachte mir so ja das zocke ich jetzt mal ein bisschen hier und habe sie dann halt mit eingeladen ja und jetzt sind wir noch dabei ich glaube ich bin sie auch schon fast ein jahr mit vielen unterbrechungen ich glaube wir zocken mal so ein zwei tage alle zwei monate und ein bisschen davon nehmen wir halt auf weil es eigentlich recht witzig ist und ich hoffe sie kommt jetzt mal bald wieder hier mit dem schreibt brot ich weiß nicht mehr was ich labern soll ich kann ja mal ins inventar gucken wo waren das eigentlich das war es nicht inventar ist tatsächlich und man muss ja noch ich habe noch zwei platz sehe ich gerade aktuell ausgerüstet kritischer treffer härte wert dass zum beispiel die sachen verstehe ich auch nicht ich weiß nicht was das sein soll aber ich krieg mehr angriffswert das heißt ich werde wohl diese stiefel die ich die hier jetzt sind anziehen so jetzt habe ich die an das sind die alten die könnte ich hier wie man sieht recyceln kann die das die materialien tasche hier könnte ich was recyceln und dann mache ich doch gleich mal mit den stiefeln eisenbrocken schade hopsa der war für die füße hat aber kritischer treffer härte wert aber der rest ist schlechter könnte ich verkaufen für ein bisschen geld aber auch nicht den rezykliere ich auch macht macht das schon ist das schon kaputt jetzt oder nicht jetzt da kippe halt die ganzen sachen die man braucht zum schmieden oder so ein kram halt ne ressonanz das sind das war ein glaub ich ein schild jetzt auch nicht mehr wenn man sieht welches verkaufe krieg nur zwei silber also durch die kohle macht man ja auch nicht ihr recycelt das doch so was bekomme ich jetzt elementäre tech brocken das war das schwert was die wir die ganze zeit davor hatte die wohl das wollte ich behalten unterstützungswert abprallwert ich glaube das ist für tank also werde ich das jetzt auch mal entfernen hier so da gab es jetzt ein bisschen mehr zeichen der luft zeichen der erde zeichen des lebens ich brauche irgend so ein anderes ding für die blöde rune hier ist so ein quest mit so einer rune wo wir runen schmieden sollen aber ich habe vergessen was das war was habe ich überhaupt metall schraubmüll aha dafür gibt es immerhin 38 kuppe kann ich erst bei stufe 20 öffnen schade was ist das bausatz für eine komponente für den baum eines auroria biotops ach alles klar stimmt ich habe noch ein grundstück da war ich ja vorhin erst was hier persönliche bankschalter nutzen bank rufen die persönliche bankschalter wird account gebunden stapelzähler wenn ich darauf klicke ist er dann weg scheiße ich weiß nicht ob er weg ist ich will ja nicht aufklicken die bank ist jetzt tatsächlich scheiße ist wirklich verschwunden dann werde ich mal schnell benutzen ach nee was habe ich hier alles drin ich habe schon sachen drin keine ahnung ich lage erstmal ein was ich jetzt wirklich nicht brauche das vielleicht brauche ich ab und zu komisch hier ist eine rune ich habe schon mal so eine rune erstellt und jetzt sagt er mir das funktioniert so nicht mehr also ich habe die quest ich abgeschlossen obwohl ich diese rune hergestellt habe hier ist auch noch eine luft ohne ressourcengewinne 1000 ach so das ding brauche ich für erzabbau diese bricht hier zeigt das wappen er weiß ich was ich mit dem kram klinghorns horn das brauche ich das ist ein quest gegenstand und im rest muss ich wohl irgendwie pvp beutekiste pvp beutekiste ach nee was war das denn jetzt 25% der fan war ich muss jetzt echt grinsen weil wir waren das letzte mal pvp das ist ja auch schon ein halbes jahr her jetzt oder so weil du kommst ja komm rein hier schild generator des geschwächten gladiator wo ist denn das ding das war der jetzt hier ne benutzen schild generator des gladiator an 6 wirkt nun am pvp gebiet das ist auch müll den müllage erst mal ein und irgendwann verkaufe ich das alles mal wie ich richtig knapp bei kasse bin zum bruder beschwöre aus dem einfach sagen du kannst zusätzlich symbole vom verkäufer für aber was macht man damit deko ach so besser als gar nichts transport koordinaten ilium transport hinzu teleporter hinzufügen okay das mache ich aber auch mal ne guten tag ja tschuldigung dass ich glaube aber ich könnte nicht anders tja das macht sich gut rascheln noch ein bisschen am mikro rum und so tschuldigung ahja so ich habe jetzt hier mein bankzeug eingelagert hab mal ein bisschen durchgeguckt ein bisschen was recycelt von dem ganzen kram was aus meiner tasche also ja der backschalter ist vor dir ist jetzt aber gerade verschwunden den dazu wenig benutzen können und dann persönliche habe ich nur gesehen weil ich den durchgeguckt habe und dann der ganze kram da war ne ja so ich dir was sagen was denn willst du wissen wie mein brot schmeckt was ist das für eine frage wie schmeckst du denn geil alles klar ist ja gut zu wissen ich habe dir ein foto geschickt ok gucke ich mir dann an wenn ich mich die zeit finde abgeschlossen egal du findest die zeit und jetzt ich guck grad das eine war ein event das ist abgeschlossen das war alles hier besorgte bürger wäre die nächste epidemie vom kronfeld da muss man hier wieder lang also wieder in die stadt rein mhm oh das ist das lecker hier blinkende tür ich weiß nicht ob man da durch kann siehst du das mhm mhm für was soll das sein ich geh da hin einfach das klopft so das kling das kling tür öffnen ein nirgung kram ah da soll ich auch rein also ich sollte da rein ja mhm wie sieht es denn hier aus krass aufzug aufzug mhm aha wo ist jetzt weiß ich auch nicht was ist das für ein ding hier also manchmal ist krass hier sind manchmal so viel farben ja das ist äh hardcore gut für augenkrebs du ich weiß nicht was man hier jetzt machen sollen kann könnte bitte da liegt was auf dem tisch hier wo ich bin ich seh dich nicht bei allen bunten zeugen auch da hinten ein buch nicht mal bericht ja habe ich gelesen ich auch da ist auch noch was noch ein bericht das alphasanktum lesen jetzt hat mir angezeigt dass ich Weihnachten soll also ich habe hier nichts mehr jetzt zeigt er mir an 30 meter und das ist hier vorne aufzug ja und jetzt jetzt sagt er 9 meter jetzt wieder raus hier oder wie hier gibt es ja nichts sonst ist ja nichts was auch schon und nochmal raus hm komisch äh komm jetzt nicht raus hier doch Tür auf und gut aufzug was fährst du mit dem aufzug komm doch raus einfach ich hab den die falsche Tür genommen da ist mein brot wecker mhm mit kräutern und walnüssen schwarz kümel schwarz kümel mhm und wodka ne scheiße jetzt kommt man hier nicht mehr hoch kommt hier nicht mehr hoch ne wir müssen einen anderen weg finden irgendwie scheiße ne ich glaub das ist ja irgendwie hier muss man ja schon irgendwie hier rein ja aber hier können wir ein Buch was ist denn los ne da geht es auch nicht wo ist was los so hier runter kann man toll dass wir keine retiere haben mhm die kann man bestimmt irgendwo hier mhm hast du gemerkt wo ne aber kann man nicht fragen hier sind die komischen Typen wegbeschreibung sie haben fragt doch madame missternwerker wie heißen die denn weiß ich nicht und was transport wahrscheinlich windlauf und transport und der andere auch ach du die stiefel sehen ja voll fesch aus was kommt da so warte nu warte langsam ey ja komm sie zu pff bitte das ist äh zwischen raumhafen alpha und platz des europas hehehe okay wir laufen wusstest du was man salto machen kann ne ich zeig dir das mal warte jetzt kommt diese blöde Vieh hier wieder warte und zwar wenn du ganz normal läufst ne guck mich zu ich guck dir zu ja da wie machst du es muss einfach ganz äh zwei mal hintereinander ganz schnell weh drücken weh das ganze zweimal das ist so eine ganz kleine Leiste da steht da sollte es noch nicht bereitet sollte nicht möglich in der luft kannst du auch in Zeit in der luft kannst du auch in Zeit ja stimmt das ist das ne 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 Guck mal, hier ist ein Transporteur. Ja, das ist ein Taxi. Nein, ein Taxi. Ist er hier? Das ist eine Wache. Wache. Boah, riecht das gut hier. Wundert sich, ob Klo war, aber auch das ist auch gut. Ja. Das ist eine Blumen. Das soll ja irgendwo hier sein, ja. Ich glaube, wir nähern uns. Da sind doch das Spinnen hier. Hm. Guck mal, hier blinkt noch irgendwas. Ach, das ist hier... Fallsender aktivieren. Soll man das machen? Hm. Okay. Um diese Spinnen knusprig zu braten? Was? Stimmt das doch. Ah ja, irgendwie so ein Flammenwerfer, ja. Hm, setze den Flammenwerfer in. Oh, ich glaube da ist gerade... Was? Ich wollte gerade sagen, da ist ein Hordler. Mhm. Der Typ, der sah so wütlich aus. Hier läuft ein Wolf rum oder so. Hm. Hinter dir, ja. Kronfeld. Ich glaube der Wolf... Ja. Ja. Läuft einfach. Das ist... Entweder kommt man hier rein. Glaube ich auch nicht. Da muss man... Ach, hier hoch. Da geht's hoch. Da muss man lang. Jaaa, wir nähern uns. Jaaa, wir nähern uns. Ja, motherfuck, wo ist denn das? Guck mal, hier gibt's lauter Händler. Ach, hier gibt's auch Quests. So. Hier, der... Der Typje. Kromatische Pracht. Ach so, die... Läuft noch. Stimmt. Wir waren schonmal hier. Mhm. Weil ich die schon habe, die Quest. So, hier ist ein Farbhändler. Waffenhändler. Gemischte Waren. Händler für Rüstung. Kaufen, verkaufen. Aha. Na, der bekommt nichts. Aber ich muss sowieso mal an so einem Händler, weil... Und du solltest es auch mal reparieren, ne? Ach, muss man reparieren? Ja. Ja. Wo? Wie macht man das denn? Da ist oben so ein Reiter. Reparieren. Zeig dir eine Zahl an. Wie 5 oder 7 oder irgendwie. Ach so. Alle leparieren. Lepalieren. 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 Ja. Ich habe keine Addons. Ach Gott ey. Nur bei dir auf ey. Ich habe repariert. Ist das hier? Wunderschön. Deko. Aha. Äh. Scheiße. Weißt du was krass ist? Ich habe mir gerade aufgefallen. Wenn du jemanden anvisierst, läuft es weg und der ist noch im Visier und du drückst F, dann läuft er zu dem zurück. Ja. Habe ich eben auch gehabt. Tote Scheiße. Ah. Ich habe einen Briefkasten. Vielleicht ich sehe ja irgendwo Reit. Acht Meter? Wo soll der sein? Direkt hier. Hier? Wie er hier? Kaufen mal ein Rackhorn. Aaaahhhh. Was kaufen? Ah, sprich mit kaufen? Jaja. Lieferer Raccoons Küste ab. Ok. Hier ist eine Kiste, aber ich kann das nicht anklicken. Eine Quest oder sowas. Die musst du aufnehmen. Eventuell hast du die ja schon aufgenommen. Und das siehst du nämlich, wenn so eine kleine Kiste über deinen Kopf schwebt. Achja. Entschuldigung. Cannabis und Brot. Oh. Aua. Autsch. Frechheit ist da. Das Glück bevorzugt die Flinken. Das Glück bevorzugt die Flinken. Pfff. Hier gibt es auch noch irgendwas. Untersuchen. Okay. Oh, da gibt es seltene Gegenstände. Haben wir die Quest jetzt hier oder nicht? Also, ich weiß nicht. Gruppe 2 plus steht da. Ach so, okay. Ach so, okay. Entschuldigung. Gut, dann machen wir mal, äh, treffen wir uns mal mit dem Agenten jetzt, ne? Was für ein Agenten? Ach, mein Gott. Ach, riecht das gut aus. Ich glaub da muss man um das Haus rum. Oder ist es doch hier drin? Ne, ist nicht hier drin. Klüm klüm klü klüm. Was denn? Was? Was? Abgeschlossen. Ach guck mal, wach mal ein Dieter. Äh, Decker. Der hat auch was. Okay, Leichen verbrennen. Alles klar. Da ist ein Buch. Ja, hier fliegt eine Schubkarre. Mhm. Ach man, nimm doch deine eigene Leichen. Das sind meine Leichen, ja. Die hab ich selber hier unter die Erde gebracht. Mhm. Ist sowieso gleich fertig. Das zählt glaube ich auch für dich. Ja. Ach, du bist ja ein Held, ey. Ja, ne? Ja, deswegen. Du klickst ja irgendwas an, du weißt gar nicht was das ist. Machst du doch auch. Nö. Und was jetzt? Das ist ne Herausforderung, mein Gott. Ach soo. Ach soo. So, fertig. Fertig. Was gibt es? Fertig? Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Vernehmungsverstärker? Was denn hier alles gibt? Guck mal da ja mal rein. Zeigt keine Gnade. So. Hm. 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 Geh zur Kaserne von... Oh. 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 Kronfeld. Das ist also da vorne. Ja. So ist nur wach mein Decker, ne? Jungs. Du wolltest nicht sprechen. Hm. So. Haben wir ein paar Kleingeld bekommen hier. Wascht das so aus? Ja bekommst du ein bisschen Geld. Wunderbar. So. Wupp. Das sieht so cool aus wie die schwimmen, oder? Hm. Wie so Lachse oder so. Hm. Wenn nicht Lachse. Ahle. Okay hier ist die Kaserne. Der Eingang wohl da vorne. Und die Tür ob hier. Äh. Hm. Ist das muftig hier? Was ist das denn für ein Ding? Alter hier lüftet ja nie einer, oder? Hm. Oh shit. W-w-w-was mach ich denn jetzt? Die weit wird das Licht kommen. Hm. Oh shit. Oh shit. Ja muss man den foltern hier, oder? Echt? Verhören. Ja. Was ist der richtig? Ja du musst. Du drückst F. Und dann kommt so ein Balken. Und immer wenn dieser Balken in dem F ist musst du F drücken schnell. Und dann fährt er. Der fährt vor und dann fährt er zurück. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Da schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh den ersten hab ich geschafft. Aber zum zweiten nicht. Hahaha. ist das so lustig? Reflexe halt, ne? So hab ich's jetzt geschafft, oh, oh, oh. Oh nein, zurück auch! Oh! Da steht's auch im Prozent. Du musst ihn ja öfter verhören. Okay. So wie ich zum Beispiel hier mit 100 Prozent, ne? Das war's, glaub ich. Oh, darf ich da was wählen? Ja, weil mein Verhör mit für dein gezählt hat. Nein, stimmt nicht. Naja, klar. Nein. So, was haben wir hier? Das ist alles kacke. Oh, da ist was. Du siehst hier, Proben. Ich werde das nicht im Moment, ja. Hm. Aber dieser Markus ist ja ein bisschen... So, ich muss mal eben hier ausrüsten. Du hast hier keine Wahl. Was ist das? So, wo ist der nächste Fick? Äh, Kram, äh, dings? 25 Meter. Ach hier. Tür hoch. Darf ich mir hier noch eine Scheibe bauten? Nein. Wie? Nein. Später. Ich hab noch nichts gegessen. Ja, ich auch nicht, also. Das ist richtig. So, wo ist denn der Scheiß jetzt hier? Ist das noch im Gebäude? Hallo? Ich glaube, wir müssen nach Hause. Erstmal ihr Tagebuch lesen, hier. Was für ein Tagebuch? Was für ein Alchemist denn? Ich bin so schwach. Mental, oder? Hier ist die Kiste. Wo bist du? Da. Wo bist du? Oh, hier ist ein Schwert drin. Du bist draußen schon. Splittergranate. Was ist denn hier alles gibt? Betäubungsgranate? Ich krieg ja nichts. Warte. Das ist doch nichts Neues. Du kriegst doch nie. Was? Was? Hier ist eine Quest. Bist du oben oder unten? Mein Gott. Guck doch. Du bist in Wasser, oder was? Ja, ich bin unterm Wasser. Du bist oben. Ich weiß nicht, wo du schon wieder bist. Wo ist ne Kiste? Die ist jetzt weg. Was ist da? Ach, da muss man rein? Ja. Hm? Guck mal, hier sind welche. Hartgesottener Slank. Die heißen Slank. Wer sind denn diese Slank? Weiß ich nicht. Was soll man mit dem machen? Ich will einfach umliegen. Scheiße. Ne, das ist ne Herausforderung. Einfach wegballern hier. Jetzt weiß ich, warum das Fragezeichen... Äh, dieses Köstzeichen, aber... Ach so, die Probe gesammelt? Okay. Welche Probe? Ist da... Ist da ne Probe? Das kommt. Das kommt. Ich sag mal nix, ey. Also manchmal... Da ist nix. Was müsstest du mir jetzt machen? Zurückgehen. Also, durch die Tür. Ja. Die Herausforderung ist ja mal scheiße. Tja, was jetzt? Guck mal, da steht säubere den Keller von Kronfeld, äh, von erkrankten Kriechlingen. Wir gehen jetzt nochmal rein, ja? Mhm. So, aber da... Was willst du hier umhauen, wenn die keine sind? Jetzt kommen hier drei, vier wieder, aber... Muss man jetzt immer warten, bis sie wiederkommen, oder was? Sieht so aus, ne? Aber die Zeit läuft. So kann er nicht. Goldluft, da glaube ich auch. Das ist doch Haffenscheiße. Ich meine, wie soll man das schaffen hier mit Gold? Echt jetzt? Ich glaube nicht, dass man hier Gold machen kann. Ich trüge. Vor allem, solange wie das dauert, schaffst du ja nicht mal mehr Silber. Da muss man ständig rausgehen, kann ich mir vorstellen, oder? Schwachsinn, oder? Ich bin jetzt rausgekommen. Das hat damit nichts zu tun, ich war hier drin. Slank-Schlachter. Klasse. Wir sind hier, will ich. Ich muss nicht mehr rausgehen. Ich muss nicht gleich rausgehen. Ja. Hab ich das? Ich gehe sofort, oder was? Ne. Ne. Siehste. Ich muss nicht mehr bei den Brennen, ne? Alter Schwede, ne? So, wieder abgeben. Ja. Wo? Da, wo ich langlaufe. Ich meine, du hast ja auch so ein Questlog und diese F-Taste. Ne. Du hast ein Keyboard ohne Tasten, ne? Mhm. Siehste, hier ist zum Beispiel falsch. Das ist die Kirche. Schöne Sache. Was wollen wir doch eben? Ohne nicht. Jetzt. Ja, danke. Los geht's. Ich mache. Schöne. So. Hmmm... Hm... Und jetzt? Ach so... Die F-Taste, ne? Hm. Äh... Was? Irgendwas stimmt hier nicht echt. Weißt du, gleich nach zwei Sekunden, wenn man sich einmal kurz verlaufen... Ne, das ist kaputt hier. Ne, das war irgendwo... Ne, ich glaub hier war es. Das ist... Das gleiche. Nur anderer Eingang. Hm... Ja, dann war das dahinter irgendwo. Ich mein, wir waren ja schon da. Echt? Guck mal, hier geht's ja noch runter, siehst du. So einfach ist das. Dafür gibt's dieses Ding. Oh. Raus. Jetzt im Gronos Palast. So ein Reittier wär irgendwie cool. Mhm. Wenn man zum Beispiel einfach so ein Wolf da zwingen könnte, dass er auf einmal reitet. Ne, andersrum. Dass man noch den Wolf reiten kann. Dass man das jedes Mal kaufen muss, nicht? Ja, ist schon ein bisschen blöd. Hier. 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 Hier ist ein Buch. Würfel. So. Hier. Was ist das denn hier? Bist du drinnen schon? Ja. Jetzt weiß ich auch wie sie, wie das gedacht war mit, äh, der Herausforderung. Ja, ich auch. Jetzt auch. Was ist das? Was ist das? Ohne noch magie machen. Jetzt sollen wir mit der Alchemist sprechen. Jetzt erreiche die Kirche in Grunfeld bevor die Zeit abläuft. Was ist das denn für ein Shit? Das Wissen ist unser. Ist die Träne? Jaaa. Was? Nix. Ich fürchte, das war nur der erste Schritt. Habe ich was gemacht? Ich kann es ohne dich nicht erleben. Achso. Jetzt muss er an dem Ding hier rumwummeln. Und wieder mit der F-Taste, ne? Ach du... Das muss man... ...halten. Achso. Ist das was? Ist das was? Alter. Oh ne. Oh, jetzt kommen die Reflexe. Ich meine, das läuft schon sehr langsam, aber... Habe ich geschafft und... Was? Wann werden wir denn jetzt? Teste das Sichtungsbekämpfungsmittel. Das Wissen ist unser. Habe ich aufgeschafft. Aha, das ist draußen glaube ich. Sicher? Ich hab's... ...beendet. Aber da ist noch was. Holy shit. Ist das draußen? Nein. Nein. Es bleibt doch stehen. Nein. ףall ich den schon benutzt hab. Bitte nicht explodieren. Bitte nicht explodieren. Habe ich die blöde Ihnen blöde. So, also abgeben. So, hol mal ein Brot da raus. Alles klar? Gut.